hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge b17 ja ich habe es euch erspart ich habe die mission bin ich noch mal geflogen die also ich konnte laden und habe dann die mission die aufgrund glaube ich eines bugs nicht richtig beendet worden ist noch mal geflogen war leider nicht so erfolgreich angeblich laut auswertung aber ich fand wir haben also ich habe die fabrik genauso getroffen wie vorher ohne mut sei es wie es sei wir haben den nächsten auftrag ich habe schon mal reingeguckt wir machen hier eine ölfabrik sollen wir treffen eine v1 startposition oder eine andere ölfabrik und das werden wir auch machen können uns das aufklärungsvideo wie immer angucken das jetzt der zweite versucht die mission hier also diese zu fliegen weil irgendwie gab es ein crash nach jetzt fünf geflogenen einsätzen hat das spiel dann doch mal gesagt nee du so nicht da ist es müssen wieder nach den öl türmen suchen diese kraftwerkstürme ich weiß nicht genau was das ist bei einer ölproduktion warum da so ein großer turm dran ist aber ganz gut zu erkennen dass die priorität ist high wir haben brandbomben und normale bomben dabei warum das sekundär ziel medium ist und das klickt sorry das ist high also primär ist medium und tertia ziel ist wieder high warum das nicht andersrum ist keine ahnung so wir führen den start werden jetzt die route wieder ein bisschen pümmen das habe ich eben auch gemacht und zwar habe ich eingestellt dass wir einmal hier hoch gehen den auch hoch setzen bomben auf was hatte ich gesagt ich habe 20 glaube ich eingestellt so grob also ja 20.000 fuß um mir raus hier auch hoch hier auch hoch und dann hatte ich so das geändert das bisschen so so und so damit die kurven nicht zu krass sind da schnell raus aus den ringen und dann habe ich das glaube ich so gelassen da war ich dann ganz zufrieden mit jetzt mache ich dann wieder auf automatik damit das funktioniert und wir spulen vor weil wir ja wissen über der englischen küste passiert nicht so viel ich kriege hunger ohne scheiß so bis hier war ich eben auch dann genau kamen bandits boah durchs flugfeuer kommen die mal gucken ob es jetzt diesmal dann funktioniert wie gesagt hier fehlt mir leider immer noch der flug sound das wird wahrscheinlich eine etwas kürzere folge werden weil der anflugweg einfach nicht so lang ist bis sich ich weiß gar nicht warum wir so hin und her fliegen wir finden uns aber hier im flugfeuer das hat er ist ja gut dann helfen wir aus da vorne weil das hier schon der decision point gewesen das ist immer blöd wenn er dann gerade dann vorne am gewehr ist er ist erschreckt ich schieße auf unseren eigenen das habe ich leider zu spät gesehen ihr macht das schon jungs wir müssen uns hier gerade auf unseren eigentlichen auftrag konzentrieren so dann sag mal an also überall schönes wetter dann bleiben wir bei unserem primär ziel würde ich sagen wir fallen mal ein bisschen um es der flug ein bisschen schwieriger zu machen fighters are engaging ok wir sind aber noch nicht am warum der nicht mit gegangen ist weiß ich auch nicht ich glaube sie haben auch geändert wenn ich jetzt raus zoome ja guck ich kann jetzt quasi hier auch mich bewegen kann man mal die ganze karte sehen also das ist schon ich finde ich mords mäßig krass hier gibt es sogar eine legende was was ist heavy flack ist dunkelrot medium a guck an ruf auf ein airbase feigt er sonst frontline frontline ok also es geht es wahrscheinlich wenn die alliierten gelandet sind um dato mehr geht es wahrscheinlich weiter mit der frontline das ist sehr interessant das ist ja mal interessant finde ich boah zu spät gesehen kommt noch einer wir müssen jetzt gleich hier vorbeischießen einen habe ich noch einen das lief ja mal super wie gesagt ich weiß nicht wie sich das auswirkt wenn die als gute Schützen quasi leveln wie sich das äußert als gunnery man ob man dann besser ob der sich dann schneller bewegen kann oder genauer zielt wenige munition verbraucht ich weiß es nicht irgendwie muss sich ja die der skill bemerkbar machen da kommt wieder einer ja der einsamste mann im bomber keiner da mit dem er sich unterhalten kann alle anderen haben glaube ich einen außer ja okay oben und unten der auch nicht wobei unten der krabbelt da glaube ich erst rein wenn es los geht vorher läuft er so ein bisschen durchs flugzeug gerade ist relativ ruhig hätte wenn ich jetzt mal auf die karte gucke okay es ist ruhig weil wir jetzt in die flugzone kommen das sind dunkelrote ringe würde ich sagen von der farbe wo ist die legende ja da gibt es gar keine leichte flug hier da ist leicht aber hier ist heavy flug aber sie schießt noch nicht der motorsound ist habe ich das gefühl ist irgendwie ein bisschen anders ne kommen die zurück irgendwo müssen sie herum schwirren irgendwo hier drehen jetzt bestimmt und kommen dann wieder und ich hoffe dass der neue teil davon dass der genauso gut wird wie der hier nur in noch besserer grafik und ein schöneren gewandt so mit dem was heute so möglich ist vielleicht mit freien bewegen im bomber und ich glaube das wird ultra das wird dann bestimmt eins meiner lieblingsspiele werden aber wer weiß wie lange die dafür noch brauchen also hört davon ja nicht viel oder so gut wie nichts ok ok jener da ok das können wir uns mal angucken also es liegt in so einer senke also quasi hier so drin vor der stadt welche stadt ist es kann man jetzt gar nicht sehen ne 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 boah hab ich das mein ich das nur oder sind das mehr bomber das sieht auf jeden fall mehr aus ne als in den ersten missionen gut ich glaube im laufe des krieges war das auch historisch so dass tatsächlich dann auch mehr dazu kam tja hier steht fight das engaging auch ein bisschen schneller die brauchen aber lange ne die fliegen irgendwie ziemlich groß die die zurückkommen sind wir noch weit weg rob was ist er jetzt wir kommen so langsam an den punkt wo dann der bomber pilot übernimmt oder der bombenschütze so heißt er ja das sieht aber schon gewaltig aus finde ich oh das wollte ich jetzt nicht es ist einfach nur gut ich finde es optisch echt bildgewaltig ne auch wenn man so von unten nach oben guckt und sieht hier die sechs das ist jetzt drei staffeln ja 18 ne zähle ich hier sind 12 und da sind 6 wenn ich jetzt nicht total blind bin die höhe stimmt auch schon fast von unten er dreht schon wieder ab guck da ist auch ein ziel das sieht aus wie ein bahnhof würde ich sagen gut und jetzt gleich kommt wieder unser part bombenklappen sind offen und irgendjemand ist immer der lead bomber ne ich hab ich also in der serie habe ich jetzt gesehen der 1 sehr gezielt oder das haben glaube ich alle gezielt aber abgeworfen haben schließlich alle erst wenn der lead bomber auch seine bomben droppt dann haben einfach alle gedrückt aber ganz ruhiger anflug ne nix keine flack die jäger sind jetzt auch nicht so präsent da soll das ziel sein sagt er ja das kommt hin ich würde es erstmal so da hinsetzen wir beobachten mal ein bisschen den drift wir driften nach links das heißt ich muss nach rechts ausgleichen aber ich bin froh dass das jetzt geht ohne dass man die sicht jedes mal wechseln muss immer noch also immer in die entgegengesetzte richtung in die man driftet muss man den drift einstellen aber irgendwie scheint das gerade nicht so zu wollen dann muss ich in die andere richtung jetzt drifte ich ja noch schneller müssen gucken dass wir es gut ins bild bekommen jetzt driften wir nach zu stark nach links es dauert auch glaube ich immer einen moment ehe der bomber das alles umgesetzt hat ich würde jetzt mal darauf tippen dass es eher das da ist acht mal wir driften was rüber so sieht es eigentlich ganz gut aus ich hoffe nur dass es das ist das da weil der lenkt ja jetzt ein bisschen nach ne der zieht also hinterher und dann ist es nicht sofort drauf komm näher da ist es wo wandert das kreuz hin immer noch nach links da sind die türme und flackfeuer setzt ein was ist denn hier für ein wind ich glaube so ist ganz gut schätze noch halten ja das kommt gut glaube ich ja und je öfter man das macht ne desto besser kommt man damit auch klar ok sie haben eine von uns abgeschossen nicht gut naja der anflugwinkel ist halt nicht perfekt ne wir hätten so ein bisschen mehr bisschen anders reinkommen müssen aber wir hoffen wir dass das was wird aufgrund aufgrund der menge die wir haben da fallen sie also das weil es halt ein flächenbombardement ist dass es sich ein bisschen ausbreitet hoffe ich weil sonst bomben wir hier so lange und wir hätten eigentlich hier anfliegen müssen da habe ich noch nicht rausgefunden wie man das am besten macht weil man weiß von wo man am besten anfliegt da kommen die schatten oh da ist aber ein krasser oh das war aber ein krasser misserfolg ich noch mehr nach rechts driften müssen weil wir sind ja genau drüber geflogen also es ist starker wind anscheinend da muss man sich dann anscheinend merken bei wind entgegensetzt der also dann hätte ich hier hin halten müssen damit es noch ok jetzt nicht gedacht dass das mit berechnet wird naja gut jetzt kommt die antwort da können wir uns den sound nochmal anhören und das hatte ich anfangs auch im flugzeug wenn ich da drin war das war schon abgekriegt ja die deutsche antwort kommt schnell schnell und heftig ich hoffe mal dass alle rausgekommen sind aus der b17 die wir verloren haben weil sonst war das echt schlecht weil wir haben ja jetzt nicht wirklich gut getroffen wo läuft der hin ach er löscht ein feuer hat ja gar keiner gemeldet dass es brennt schade dass man die flammen nicht sieht ich habe nur schon mal gesehen wenn man es nicht löscht dann kann man es sehen weil dann bildet sich rauch in den im flugzeug quasi und dann wird es halt so nebelig das habe ich schon gesehen stehen aber immer noch unter flackfeuer schneller steigen schneller steigen wir gucken mal wie lange sind ne falscher typ ok wir fliegen da gleich raus ah gut dann haben wir eigentlich kein flugzeug mehr vor uns noch ein bisschen jäger und dann haben wir den einsatz schon fast hinter uns gebracht das wird aber ein vernichtendes urteil werden oh ja das habe ich ja ausgestellt die kommen jetzt einfach zurück in die formation weil die aufgrund des ladens irgendwie ja da ne ja warum qualmen wir zu viele die zwei haben irgendein Problem miteinander mal gucken vielleicht können wir sehen was passiert er zieht aus irgendeinem Grund immer wieder darüber immer wieder darüber den haben wir auch noch nicht verletzt gesehen mal gucken haben die zwei sich eingekriegt scheint so ne sind wir schon wieder in england wieder in england ach tatsächlich und ja das hat was mit diesem mit dem Vorsprung zu tun tut mir leid ähm so sollen wir mal gucken ja komm wir gucken mal ich glaube das ist nicht so gut geworden gibt jetzt mächtig Ärger weil wir ja auch einen Bomber verloren haben und quasi dem Ziel so gut wie keinen Schaden zugefügt haben ja man hätte den Wind aber man bekommt keine Angaben über den Wind das ist schwierig muss man das ja dann irgendwie mit dem mit dem Drift koppeln ja komplett verfehlt glaube ich und weiter ein Bomber verloren unser Funke hat eine Fleischhunde ja die wissen dass einer getötet wurde und neun sind present or wounded sind aber ausgestiegen belly out ja das war nicht gut das war gar nicht gut das können wir besser und das sehen wir dann in der nächsten Folge ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuschauen wenn es dir gefallen hat lassen wir doch einen Daumen da und schalt beim nächsten Mal wieder ein würde mich auf jeden Fall freuen ein Kommentar wäre auch super egal was schreibt was rein ich beantworte es dann und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag bis zum nächsten Mal und mach's gut